Du regst nur die Nilpferde auf. Neb, du bist stark und scheinst furchtlos zu sein. Kannst du einem armen Bauern helfen? Ein Nilpferd hat deinen Freund getötet. Ja, die Bestie hat viele getötet. Gestern wurden wir von Banditen angegriffen. Sie haben die Nilpferde aufgeschreckt und auf unsere Felder getrieben. Die Götter lieben es, uns zu quälen. Wir können nicht ernten oder die Toten begraben, solange die Nilpferde auf unseren Feldern sind. Ich helfe dir, die Toten zu bergen. Ich helfe dir, die Zahara. Hm, Armafetta. Ich helfe dir, die Zahara. Nein, nicht Meketra. Nein, der auch nicht. Ich würde helfen, aber... Nein, ich würde sagen. Was ist das? Oh, oh, oh. 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 Der letzte, glaube ich. Und Meketra war nicht dabei. Was soll ich jetzt tun? Oh, oh, oh. Wo lagern diese Banditen? Es gibt eine Schlucht. Ich würde dich hinführen, aber es ist viel zu gefährlich. Und jemand muss sich auch um die Toten kümmern. Natürlich. Ich finde das schon. Man nennt die Banditen die großen Hungrigen. Mögen die Götter dich beschützen. Was soll ich denn? Oh, 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 oh. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, hier so. 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 Schuhe! ich glaube wir sind fertig du hast wie ein löwe gekämpft ich habe sehr viel von dir gelernt dank dir bin ich ein besserer beschützer ägypten braucht mehr menschen wie dich das land braucht mehr menschen wie uns ich werde meiner tante lieder von unserem kampf vorsingen